Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute mal ein Tutorial bringen zur Fotografie, in dem ich euch zeigen möchte, wie man seine Digitalkamera, sprich DSLR, per Linux fernsteuert. So kann ich zum Beispiel einfach mit einem Skript alle meine Bilder per WLAN herunterladen. Das ist dieses hier, das habe ich jetzt hier einfach mal als rotes Kamerasymbol dargestellt. Und hier habe ich dann meinen Ordner, wo ich dann meine Bilder drin habe, wo dieses Skript die Bilder einfach speichert. Da klicke ich mal kurz rein. Das ist hier mein Bilderordner. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke und meine Kamera mit dem WLAN verbunden ist, dann lädt er mir alle Bilder, die noch auf meiner Kamera drauf sind, in diesen Ordner hinein. Und wie das geht, das seht ihr jetzt. Erstmal brauchen wir ein Programm, das heißt G-Photo 2. Das ist ein ganzes Projekt zur Steuerung von Digitalkameras. Klicken wir drauf, gehen in die Anwendungsverwaltung und geben hier ein G-Photo, wahrscheinlich Genom. Da ist sie schon und ich habe es auch schon installiert. Das Programm haben wir. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt, ihr müsst wissen, was ihr für eine WLAN-IP für eure Kamera habt. Da geht ihr folgendermaßen vor. Ihr macht eure Kamera an und drückt auf die WLAN-Taste. Dann habe ich hier so ein Menü. Da muss ich mir dann meinen PC heraussuchen, falls ich noch keinen habe. Gerät für Verbindung registrieren. Das kann natürlich bei euch alles ein bisschen anders aussehen. Dann geht er ins Netz und dann auf Pairing starten. Jetzt hat die Kamera von meinem Router schon eine IP zugewiesen bekommen. Die möchte ich wissen, deswegen gehe ich hier auf Menü, nehme hier einen Browser, welcher ist eigentlich egal. Und hier oben gebe ich die IP meiner Fritzbox ein. Ihr könnt da vielleicht auch einfach Fritzbox reinschreiben oder was ihr da für einen Router habt. Das ist die 192.168. Das müsste bei euch genauso sein. Das sind nämlich die lokalen Netzwerke. Punkt 100. Das wird wahrscheinlich was anderes sein. Und dann kommt eine 1. So und jetzt komme ich hier auf meine Fritzbox. Ich melde mich jetzt hier eben an. Und da bin ich schon. Ich habe die 74.90. Und jetzt gehen wir hier auf WLAN. Auf Funknetze. Wie gesagt, das muss nicht bei euch genauso aussehen, aber so ungefähr in der Art sollte es aussehen. Und hier meine Kamera, die hat den Namen Olicam. Und dann habe ich hier noch so ein Bearbeitungssymbol, einen Stift. Klickt da drauf. Und dann sehe ich meine IP-Adresse, die vergeben wurde. Die ist jedes Mal unterschiedlich. Und deswegen würde ich euch empfehlen, merkt euch die und setzt hier einfach einen Haken, dass immer die gleiche IP-Adresse der Kamera zugewiesen wird. Das ist die Information, die wir brauchen. Können wir auch eben kopieren. Und wie gesagt, hier in den Haken setzen. Okay, das war es eigentlich schon. Mehr brauche ich hier gar nicht. Jetzt kann ich mich hier schon wieder abmelden. Jetzt öffnet ihr euer Terminal. Einfach indem ihr STRG-ALT und T drückt. Und da geben wir jetzt einen bestimmten Befehl ein. G-Photo. Zwei. Dann kommt der Port, also Strich Strich Port einfach schreiben. Dann kommt das Protokoll. Das heißt PTP IP. Und dann kommt einfach die Adresse 192.168. Bei mir ist die .100. Und die 40. Und dahinter schreibt er dann .-config. So, jetzt noch kein Enter drücken. Erstmal zur Kamera gehen. Das WLAN starten. Und dann auf OK. So, und jetzt bin ich auf meiner Digitalkamera per WLAN. Und kann hier gewisse Einstellungen vornehmen. Ich könnte zum Beispiel hier Bildeinstellungen vornehmen. Bildformate. Ich habe hier meine Aufnahmeeinstellungen zum Beispiel. Zoom Speed. Fokus Modus. Das ist natürlich auch immer benutzerspezifisch. Beziehungsweise vom Kameramodell abhängig. Aber hieran könnt ihr erkennen, dass ich eine WLAN-Verbindung zu meiner Kamera aufgebaut habe. So, das hat also geklappt. Und jetzt geht es zum nächsten Befehl. Und jetzt kommt der eigentliche Befehl. Den solltet ihr vielleicht auch in ein Shell-Skript tragen. Wie das Shell-Skript auszusehen hat, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt geben wir ein G-Photo 2. Wieder das gleiche mit dem Port, mit dem PTP-Protokoll. Dann die IP-Adresse. Wieder die gleiche. Minus. Minus. Get all files. Und dann sollte er anfangen, diese ganzen Dateien herunterzuladen. Das Problem ist jetzt natürlich noch, dass er mir das direkt in mein Desktop-Verzeichnis packt. Aber ist jetzt erstmal egal. Ich habe jetzt bestätigt mit Enter. Und der Transfer hat begonnen. Da speichert er jetzt die erste Datei. CR2. Das ist ein RAW-Format. Und da die zweite. Das kann ein bisschen dauern, aber ihr müsst ja nicht unbedingt dabei sein. Je nachdem, wie schnell euer WLAN ist. Und fertig. Jetzt habe ich LS gedrückt. Und da seht ihr die beiden Bilder. Ich kann auch nochmal L-S-I-M-G eingeben. Sternchen. Und da sind sie. Das könnt ihr natürlich auch über eure grafische Oberfläche machen. Also es funktioniert. So, und das Skript sieht jetzt folgendermaßen aus. Und ihr fangt immer an mit einem Lattenzaun. Ausrufezeichen, schrägstrich bin, schrägstrich bash. Hier stehen jetzt noch ein paar Kommentare drunter. Hier habe ich noch sonstige Befehle, die man so machen kann. Den haben wir ja gerade schon kennengelernt. Und hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Fotos zu erstellen und herunterzuladen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Skript. Da habe ich nämlich ein CD, Change Directory. Und ich gehe jetzt hier in mein Home Antec-Verzeichnis, das ist Multimedia, Bilder, Digital, Cam und DSLR-Temp. Hört sich jetzt alles wild an. So sieht das aber bei mir aus. Und das Verzeichnis befindet sich noch nicht mal hier auf meinem Rechner, sondern das ist ein gemountetes Verzeichnis von meinem NAS-Server. Was ihr jetzt hier reinschreibt, welches Verzeichnis ihr da benutzen möchtet, das bleibt euch überlassen. Und das hier ist jetzt der Pfad von eurem Programm. Das ist USR-Bin-Gphoto2. Das müsst ihr bei so einem Skript mit angeben. Und dahinter wieder unser Port. Danach wieder unser PTP-IP-Protokoll. Gefolgt von der eigentlichen IP eurer Kamera. Minus GetAllFiles. Und wenn wir das jetzt hier haben, dieses Skript, ich speichere das nochmal ab, dann können wir uns hier so einen Starter erstellen. Den mache ich mit der rechten Maustaste. Neuer Starter hier. Erstellen. Da gibt er den Namen des Starters ein. Und hier müsst ihr zu eurem Skript navigieren, wo das Skript jetzt zu finden ist. Also diese Datei, wo ihr das reingeschrieben habt. Dann setzt ihr hier noch ein schönes Symbol rein. Wo ich die Rakete, ist egal. Und dann macht ihr hier noch einen Haken im Terminal ausführen, damit ihr das auch seht, was da geschieht. Was passiert? Und da hat er die beiden Dateien gespeichert. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann müssten die Dateien auch in meinem Verzeichnis sein. Und das hier sind die beiden Neuen. Die kann ich jetzt per Anhieb nicht lesen, weil das CR2 Dateien sind, sprich RAW Dateien. Und die öffne ich jetzt einfach mal mit RAW Therapie. Dann habe ich hier so eine Sonnenblume. Einfach mal hier oben auf Neutral. Einmal hier auf Auto gestellt. Belichtungskorrektur wird jetzt automatisch gemacht. Könnte ich hier noch ein bisschen dran rumspielen mit der Sättigung und sowas. Aber das machen wir ein andermal. Ja, so funktioniert es. Okay, und das war es dann für heute. Kurzes Video, aber knackig. Ich muss jetzt nach einer Fotosession einfach nur noch meine Kamera auf WLAN schalten. Dann klicke ich einmal hier drauf. Skript startet. Und er lädt mir alles per WLAN runter. Brauche keine Karte mehr rausnehmen. Ich brauche kein USB-Kabel mehr anschließen. Und dann habe ich die alle hier in meinem Verzeichnis. Und das war es. Und das war es jetzt auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.